Die Zukunft des Einkaufens Selbstbedienungskassen revolutionieren den Einkaufsprozess Selbstbedienungskassen sind auf dem Vormarsch und werden immer häufiger in Supermärkten, Drogerien und anderen Geschäften eingesetzt Kunden können ihre Produkte selbst scannen, bezahlen und verpacken, ohne dabei mit einem Mitarbeiter in Kontakt treten zu müssen Dies spart Zeit und soll den Einkaufsprozess effizienter gestalten Für manche Kunden ist dies jedoch ein zweischneidiges Schwert Einerseits schätzen sie die Schnelligkeit und Unabhängigkeit, die Selbstbedienungskassen bieten Andererseits fühlen sie sich durch die Technologie entfremdet und vermissen den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit der Zahlungsdaten Ein weiterer Kritikpunkt ist die potenzielle Gefahr von Arbeitsplatzverlusten durch den vermehrten Einsatz von Selbstbedienungskassen Viele befürchten, dass menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt werden und somit Arbeitsplätze verloren gehen Es bleibt abzuwarten, wie sich die Nutzung von Selbstbedienungskassen in Zukunft entwickeln wird Für einige Kunden sind sie bereits fester Bestandteil ihres Einkaufsalltags, während andere lieber auf den persönlichen Service eines Mitarbeiters setzen Letztendlich liegt es an den Unternehmen, eine Balance zwischen Effizienz und Kundenzufriedenheit zu finden Denn dann geht es um die Nutzung von Selbstbedienungskassen in Zukunft Aber dann geht es um die Nutzung von Selbstbedienungskassen in Zukunft